Ich brauch so lange, weil ich während das schon am aufnehmen bin. Mit der Ladebalken vor mir drin sind eventuell lustige Sachen. Wenn da nix lustiges passiert, schneide ich den immer raus. Lustige Sachen. Soll ich nächstes mal ins Mikro furzen? Weil ich bin ja nicht lustig. Das macht Hadi eigentlich immer. Oh, HiSap. Alter, wo bist du denn hergekommen? Hast du gesagt, Heil Sepp? Nein, hab ich nicht. Ja, da du halt wieder verstehst, ist klar. Ja. Sagst du, Peter macht den Running Master? Klar. Der ist zu A gerannt. Zu A gerannt, oder planst du auch bei B? Verdammt. Dann planst du nicht bei B. Dann bist du aber ziemlich schnell weg gewesen. Wo ist der denn jetzt? Der war bei B. Ja, dann planst du auch bei A. Alter Vater. Das kann doch nicht wahr sein, ey. Was macht ihr denn da? A aneinander vorbeirennen und. Dennis hatte mich schon einmal so fast tot, wa? Dich davon gerade keiner getroffen hat, ist ja ne Frechheit. Das Ziel verteidigen. Wir haben die Bombe. Au. Komm doch mal gucken, ey. Peter ist oben auf dem Haupt. Fuck. Wieder einfach durch, Leute. Die Sau. Bring die Mission zu Ende. Dürfte nicht passieren, nein. Der ist bei A oben auf die Hütte ausgegangen. Nicht die Villa, sondern das Haus bei A. Was? Ich dachte, du wärst bei A am Plenden gewesen. Der ist jetzt echt bei A. Wir haben die Runde verloren. Gut, du warst auch nicht nach oben. Ja, ich spiel einfach diese Runde mal den Scout und mach mal ne mehr Runde. Schmeckt das schon. Ich bin nicht über die Mauer gekommen. Muss die auch so rumlaufen. Aber scheiße. Ich mach mal den Vault-Hacker. Wir suchen uns zerstören. Lass Ziel verteidigen. Achtung! Feindliche Vorräte! Geil, das ist schon Vorräte, ne? Ne, eigentlich nur Peter. Was waren denn da jetzt drin? Jetzt achte ich da nie drauf. Hm. Mitte! Er ist in der Mitte auf dem Haus und rennt da die ganze Zeit Runde. Ah, doch keine nur Runde. Hä? Du kleiner Scheiß-Runner. Nein, ey. Ich weiß auch nicht, was jetzt gerade los, ne? Irgendwie... Okay, wir laufen jetzt los, Sepp. Verblüben verloren. Verblüben verloren. Ich hab irgendwie das Gefühl, dass ich direkt sterbe, wenn ich um die Ecke laufe. Vergessen, verzeihen. Verdammt, war ich glücklich. Verdammt, muss ich schreien. Der ist B-Brücke, B-Brücke jetzt in den Zirkus gesprungen. Schwänzchen klein, hing allein in den kleinen Sack hinein. Was? Nein, der ist jetzt zur A-Brücke hochgelaufen. Da lieg ich wohl etwas offen auf dem Dach da drin. Ach, Quatsch. Knosch. Hab ich gedacht, der hätte mich vielleicht gesehen. Ja, hab ich wahrscheinlich, aber ich hab dich nicht registriert. Hab's ja bei dir in der Sicht aber auch nicht gesehen. Was heißt das? Ja, dann fühl ich mich ja halbwurig. Sonder erlangt. Blechgranate! Blechgranate! Jetzt sterbe ich, oder? Ja. Nice. Der war B. Ich weiß nicht, ob der andere auch hier ist. Der andere stand irgendwo da so oben. Auf dem Dach in der Mitte. Ja, kein Plan, wo der Bob ist, ne? Ne, ich auch nicht. Weißer nicht, ob der schneller als Bram war und schon rüber ist. Ja, da, 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 da. Weißer nicht, ob er die Bombe hat, ja? Ja, dann trinke ich erstmal einen Schluck. Aber nicht daraus. Slup, slup. Hast nicht, hast nicht Facecam an, Dennis? Warum soll ich denn Facecam anhaben? B. Na! Na, ist das für gekommen. Er muss schnell gestorben sein. Kommt schon als Krippel an. Au! Hat mir in den Fuß geschossen. Suchen und zerstören. Ja, ist auch offen. Das Ziel zerstören. Wir haben die Bombe. Habt das einer gerade durch die Mitte gerusht? Ich hab das leider nicht so schnell gesehen können. Oh, da ist einer in das A-Haus gerusht. Ah, der kommt über dem, er ist gerade über die Brüste gelaufen, nach links. Ach, dann ist er da runtergesprungen. Ja, jetzt sag, geh mal, wolle ich die Gieren. Was? Weil sie aber nicht schnell erbrannt ist, wenn er mich gesehen hat. Ja, nicht gesehen. Bitte sein. Aber jetzt weißt du ja eh nicht mehr, wo du bist, weil du ja scheiß Marathon und Leichtgewicht hast und nie kämpfst. Eigentlich eher Leute von hinten, wenn du es hast. Eick dich. Jetzt hab ich mich umgedreht wegen dir. Komm, Bram, Marathon ist doch nicht so schwer. Aber dann war Bram der, der durch die Mitte gerusht ist, oder? Keine Ahnung, ich meine, ich hätte da ein Körperchen gesehen, aber das könnte natürlich auch so ein scheiß Film gewesen sein. Ja, echt wahr. Der hat ein Körperchen gesehen. Ein kleines Blutkörperchen. Bitte wohl mit eiskalt. Achtung, feindliche Aufklärung vor deinem Gesicht. Ah, da ist doch noch der Licht. Mein Gott ey. Und ich beziehe mich hier an der Hügelvilla. Ja, da dauert ja ewig ey. Können wir ja so ein ganz woanders Plätzchen suchen hier. Wo ist er denn jetzt? Aber wo bist du denn? Sniperst du? Nein, der Sniper ist tatsächlich. Sehr interessant. Na ja, der Sniper hat mich gesucht. Sich gesucht? Komm, Bram. Och, dann überlebt er, dass jetzt er in dem Sniperhaus noch sporen. Na, ist doch nur gerechtfertigt, dass jemand von dich beim ersten Mal tötet. Dann nehmen wir dich. Komm, du machst doch eh nix, Bram. Nein, krieg doch nicht. Wann ist ich komm jetzt, oder was? Ich dachte, ich werde kommen, aber auch wieder. Was war denn dein Plan, da in den Sukus zu springen? Ich glaube, ich erst hätte erstmal einen Stuttgart. Der Plan, in den Sukus zu springen, wenn ich da runter zu springe, dann links die, von dir aus gesehen, die Dings hoch zu gehen. Ah, ja, okay. Wenn ich nach links die Brücke runter springe, dachte ich mir, denkst du vielleicht, dass ich auch nach links laufen habe. Hat sie von mir aus gesehen. Achtung, feindliche Vorhine! Da gibt's ihn. Dö, 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 dö. Hm. Wann ist grad mit dir gerusht? Wird quatscht. Ach, verdammt, ah. Wird bin quatscht. Dennis hier. Okay. Nice. Au. Na, ich sag, gerade runtergesprungen. Was ist so, dass ich in Sukus war? Ich hab grad gesehen, wie runtergesprungen war. Okay. Tudum. Suchen und zerstören. Komm ich dir da. Na gut. Das Ziel verteidigen. Der Wichshühner, ey. Einer nach links in Sukus gesprungen. Okay. Über die Mauer, als er gesprungen ist, ist er am Springbrunnen. Was ist denn der Springbrunnen? Hinter dir, Peter. Da, wo du Dennis vorhin sehr verwirrt gekillt hast. Da ist ein Springbrunnen. Da in der Mitte da, zwischen den Häusern, meinst du? Ja, genau da in der Mitte da. Und jetzt ist er unter dem Haus. Ja, ich seh'n. Und ich schieße ihn voll, Idiot. Mein Gott. Gut, dass du den Schusskill gemacht hast, sonst hätt ich mal gesehen, wie scheiße ich schieße. Ja, ich hab aber auch nicht viel besser geschossen. Was, ich mich noch rausgehalten habe. Peter mich eigentlich schon ganz gut angeflickt hat. Das Ziel verteidigen. Das Ziel verfüren. O.B. erlangt. Mitte, einer. Da wollte er mich messern, die Sau, ey. Johnny sitzt im Sukus Mitte, Brücke, linkes Haus. Mitte, Brücke, linkes Haus. Das zerfetzt er nicht. Und Sniperfitter war halt immer erzielt. Baaam, die erst gemessen hat. Oh, er das zuerst gemessen hat. Ich hab noch ein bisschen mehr mit den Ventilatoren rumgespielt, hätte ich mir bemerkt. Ja, aber ob du überlebt hättest, ist ja gut. Hättest du auf jeden Fall eine höhere Chance gehabt, sagen wir mal. Hat wir nicht den Ventilatoren spielen? Ja, da ist so ein Venti in dem Raum und da hat er... Bomben, der Herr Langt. Wir haben eine Blitzgranate. Go, go, go. Einer Sniper, der Peter sitzt in der Mitte im Haus. Der andere ist immer noch schön. Der ist immer noch schön. Der andere war bei uns im mittleren Haus. Der ist hier. Nein, der sitzt auf dem Haus bei A. Der andere war bei uns im mittleren Haus. Alter. Nicht wahr, nicht wahr. Leute, da kann man runterfallen. Crank-Shit. Kranker-Shit. Nice. Auch gut gesehen, als er da hinten durchgelaufen ist. Nicht vorbei. Mhm. Schon gedacht, dass der erste Mann nicht langkommt. Auch so ein Lucky-Shot, ey. Suchen und zerstören. Ja. Alles Lucky-Shot. Das Ziel zerstören. Wir haben die Bombe. Ich dachte mal, ich wechsle auch mal die Seite hier. Ich wollte mal sehen, wie das auf dem anderen Ufer so ist. Oh, Jane. Was gefällt dir da so? Am anderen Seite. Ich glaube, der hat einen Kill gemacht. Er hat einen Abstand zu zerstören. Braun. Du bist zu Braun. Ich dachte, du stehst auf Braun. Ja, dachte ich aber auch. Aber nur als Armbinde. Nein, Spaß. Bei ihm ist die rot. Ja, stimmt. Prinz Harry steht da drauf. Fuck, mitzudra. Der steht da. Die ganze Zeit. Jedes Mal ist der da. Prinz Harry steht ja auf nackt, ne? Generell die ganze Familie von den Prinz. Was steht ja auf nackt, ne? Ich stehe auch auf nackt. Oh Gott, jetzt habe ich das gesagt. Jetzt verfolgt ihr uns wahrscheinlich. Auf ewig. Komm raus. Bram, du könntest ja mal zugehen, dass du die Nacktfotos geschossen hast. Sicher. Oh, das hat natürlich blöd jetzt die B gelegt haben, wenn man bei A ist, ne? Boah, die erste Bombe hier im Spiel. Wie! Oh, der war natürlich echt. War der, der ist kalt. Ach so, du hast da oben hingeguckt, ja klar. Flick. Wie man immer ist, eine G-80er auf Zufall ist. Ja. Man scheint in einem Arm mehr Kraft zu haben, wenn man stirbt. Die schwächere Hand. Einer bei B. Flug und Betut. Ach, das werde ich angerufen. Wollt ihr mich verarschen? Einer ist bei Mitteln Haus oben. Warte mal eben. Wie, warte mal eben? Warte mal eben. Ja, echt, warte. Ja, Peter, ey. Zack. So, machst du nix, wa? Da hab ich wohl bei A ne Clay mit rum. Mach's denn wohl. War aber nicht gut genug, wenn man sieht. Da flasht er grad bei A rum. Und der ist bei B. Alter, Jay. Nadja. Wo? Das ist mein moy. Schnapp! Dennis, du machst das. Ich glaub an dich. Gucken wir mal. Ja, Sepp, warte mal eben. Funktioniert leider nicht in dem COD-Spiel. Peter, ich wollte die Freeze-Taste drücken, aber das ging irgendwie nicht. Da musst du genau in dem Moment um die Ecke kommen, ey. Oh! Der mir das Anficken zählt nicht. Ah, weiß ich. Wie der zweimal den gleichen Weg gelaufen ist. Naja, der ist zweimal die ganze Runde gelaufen. Ja, ich wusste halt nicht, wo du bist. Ja, hier. Die ganze Zeit. Ich hab immer rausgegucken, ich hab dich immer da rumlaufen gesehen. Ja, genau. Immer wieder. Boah, machst du nix. Lass ziel verteidigen. Mann, dass einer A. Eine A. Eine A. Ich denk mal an einem Platz da rumlungern. Bei A, ich hab keine Ahnung. Der hat irgendwie ihn gesehen. Ja, dich? Die Bombe wurde platziert! Jeff. Der hat J-Warmfuss. Er kommt über die Mitte. Du bist der Letzte. Bring die Mission zu Ende. Nein! Das darf nicht wahr sein, ey. Wie geil der bei mir geflogen ist. Wie geil der bei mir geflogen ist. Wie geil der bei mir geflogen ist. Hoffentlich fliegt er auch so geil jetzt. Oh, Arschmaube. Aua. Okay, sah aber lustiger aus. Lass ziel verteidigen. Mensch, Mensch, Mensch. Oh, ja. Jay, ich hab grad einen schlechten Tag getappt. Rücksicht auf mich. Anders Mitte gelaufen. Ich hab auch einen schlechten Tag. Ich bin echt total fertig. Sorry. Darf nicht wahr? Hast du mich gehört? Der steht auf der Mauer. Ja. Ich kann ja nichts dafür. Der fällt voll den guten Floll. Boah, Jay. Ihr habt die Klee vom Bram mal gesnackt bei A. Sorry. Boah, Jay. Nein! Ich hab ihn gerade gesehen. Boah, Pete. Gut. Die Runde hätte uns gehören können, wenn wir zu zweit gewesen wären. Die hätte uns gehören. Ja, stimmt. Aber die Klee war als Schätze geclamped für mich. Ja. Genau. Suchen und zerstören. Suchen und zerstören. Suchen und zerstören. Oh, wir haben die Bombe. Oh, wir haben die Bombe. Oh, wir haben die Bombe. Einer läuft mit mir. Ich bestell mich jedes Mal an die gleichen Stelle. Echt der Typ, ey. Vor allem hab ich die noch gesehen, wie du die geworfen hast. Und ich hab mir nur gedacht, scheiße, du bist tot. Werferblattkanade! Alter, ich bin mega geflasht. Hey, ich bin mega geflasht. Die hab ich genau getroffen. B. Der steht unten an den Hühnern bei A. Bok, 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 bok. So. Kann sich mir die jetzt beide schermützeln? Hm. Ich glaub die Bombe hat es selber, aber ich kann das nicht genau erkennen. Denn es sieht von hier aus wie ne Schnecke. Es sieht wie ne Schnecke? Wie so ne Nacktschnecke sieht der aus. Achso. Doch nicht, wo da ist. Vielleicht ist er doch die Bombe. Das aus wurde halt verschluckt. Leuch, ich bin tot. Der war auf dem mittleren Haus. Nein! Alter Vater, ey. Ich hab mich aber erschrocken. Mann! Hm. Wattest du, ich wär im Haus oder was? Hm. Ne, ich dachte du wärst irgendwie auf der anderen Seite. Brotter. Bombe erlangt. Feindlicher Hein, dem Anflug. Oh. Nicht so dein Spiel, Bram. Oh, ja. Nicht so mein Spiel, oder? Nicht so mein Spiel, oder? Nicht so mein Spiel, oder? Ich zieh voll auf Hein. Battle for this era, mein Spiel. aber ich habe nicht gesehen wo er ist das ist schlecht scheiße wo war der andere mitte irgendwo oder johnny hat nicht da unten im haus nein ich habe weggekommen das war eine ehre hier ein team zu bilden gleichfalls ich hab doch gesagt du bist besser heute war nett war nett vielen dank für zuschauen bis zum nächsten mal